t muss ich nicht springen ich komme nicht rüber alter das sieht man nicht das ist ja schisch weil jetzt klappt es schwarzen und lieber schon gedrückt das ist jetzt ab und aus Kostel so ist aussehen ich glaube vorher muss hier so ein Pippi-Pause machen weil ansonsten ich kriege gar nichts mehr gebacken ich verkrampfen hier schon vom PC denn beeil dich ja mann tja hol dir jetzt was zu trinken dann ach was zu pissen hab ich mir was zu trinken alles klar Leute wir sehen uns gleich wieder so Leute da sind wir wieder der Blase ist leer Max hat was zu trinken geht weiter hier ui oh gut da war mein Jampoos das ist übrigens alle Max ich lass mich jetzt hier mal nicht verbrennen das dauert mir zu lange ich brauche mich hier wieder zurück ui alter oh was das Das war mal ein kurzes Bowsers-Käste. Ach mal. Eieiei, ich springe hier rum auf der Endleiter. Boah, die Leitersprünge, ne? Ey, da musst du dir überlegen, ne? So was... Musste Super Mario damals machen, wenn dein Level gewechselt hat, ne? Das ist echt anstrengend gewesen. Ich lau mal hier oben. Bissau, Leute. Wo? Ach, naja, die kann man schon wieder runter fallen. Falling is not recommended. Mann, ey. Ha! Woh, ich hatte zu Glück, wenn ich auf der Höhe gelandet. Alter. Was ist denn, wenn wir da runter fallen? Alles normal, oder was? Hier sind wir echt tot. Ach so, ach, da sind wir wieder bei den Betten, ja. Ich spiel bei mir die cheerleague Minecraft-Musik. Aber wir auch. Entspannt mich grad ein bisschen. Hier. 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 Guck mal jetzt hier. Ja. Guck mal, wie das da aussieht. Hier. Alles so einfach. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Aber gleich fall ich irgendwo runter und trech mir alles. Auf. Autsch. Autsch. Wo ist man hier? Eieieieie. Boah, so ein Endkampf mit Bowser wär voll geil. Mit Pisten oder so. Nein, glaube ich nicht, dass er uns kommt. Nein, ich glaube auch nicht. Was sei denn, Hypixel hat mitgeholfen. Puh, Kermitjumps. Boah. Kann sein, dass hier hinten kein Bock mehr hatte, was zu designen? Also, was schweres zu machen? Oh, wir wissen nicht. Ach, fuck. Bis hierhin spielt ich hier noch. Hä? Ach, da runter. Ach, da würde ich vielleicht springen sollen. Ja, da musst du springen. Auch wenn es nicht so aussieht. Hä? Riech auf hier. Was ist das für ein Geh? Oh, ey. Hä? Ach, da runter. Och, ey, das sind Sprünge hier. Da runter jetzt unten. So, rühr hoch. Oh, ist mir schwierig gesch... Ach, Mann. Ne, da fliege ich hoch. Bleck mich. Du bist dann runtergefallen. Ach, da. Ne. Das ist ja ein Scherz. Hä? Ei, ei, ei. Ne. Ja, da bin ich auch runtergefallen, ne. Ei, sprung mal hier trotzdem. Hä? Moment. Ja. Nur ein Hashtag ist keine Nummer. Okay. Das Minecraft wäre ganz schön rückständig. So, hier. Steht irgendwas cooles. Ultra Big Checkpoint. Super cool. Party 3000. Und Malone. Die nehme ich mal mit. Yay, runter hier. Die Sounds hätten noch eingefügt werden sollen. Das wäre voll geil. Oh, nett. Von ihm. Das, ja. Einfach weiter. Alter. Ja, jetzt hier. Alles. Oh, lol. Ich muss hier auch... Ach, f*** dich doch, ey. Den Tuck, ne. Ey, da war ein Tuck, du, ey. Wie kein anderer. Puh. Alter, das ist doch cool. Was denn? Ach so, die Sprünge mit Jampus. So. Oh, der hätte jetzt mal bei der Edmap dabei sein müssen. Alter, ohne Mist. Die muss ich mir rauskommen, ob ich die noch finde. Das ist genau das Richtige für dich. Ey, und da bin ich ausgelastet. Da war am Anfang so ein Piston-Move. Aber halt irgendwie nicht so mit... 1, 2 Piston. Sondern irgendwie mit 20 Stück. Du musstest dir die rein vorgemerkt. Und springen. Das war so krass, ey. Boah. Be faster, Mario. Your Sandwich. Wait. Geil. Geil. Aber warum Sandwich? Das ist ein Pitch. Man. Das ist dann schon wieder nicht geschwindet. Ich will mit STRG spinnen. Ja. Früher haben wir das auch geschafft. Das ist schon. Früher war ich auch noch nicht an STRG gewöhnt. Ja. Aber Spiele werden viel zu vereinfacht, man. Ja, man. Ja, man. Die guten alten Zeiten. Doppel W drücken. Nix mit STRG. Und jetzt wo ich mich das Video mit Doppel W eingewöhnt habe. Da werde ich ganz vergessen, dass es um eine STRG geht. Ja. Oh, ey. Was ist das hier schon wieder für Wasser rumgeschoben? Oh, ey. Was ist das hier schon wieder für Wasser rumgeschoben? Oh, ey. Geh nochmal bis zum Jumboos zurück. Oh, das ist ja. Geh nochmal bis zum Jumboos zurück. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja passiert. Oh, das ist ja passiert. Oh, da ist noch etwas explodiert hinter mir. Ich rush jetzt einfach durch. Ja, ich bin zu geil. 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 Oh, da warte ich jetzt. Wo war der denn? Ach da. Uh, das sieht auch schon beeindruckend aus, wenn die Sonne aufgeht und man die ganzen Plattformen sieht und so. Na, ein bisschen einen Schluck trinken. Oh, nicht schlecht. jetzt ist es sich sieht er ist das ist ein volles blick das gelbte hier ich muss ja springen max ich dachte ich kann nicht langlaufen uiuiuiui jetzt weiß ich warum das jumpp ist jetzt habe ich es verstanden hier jetzt habe ich es verstanden was ist das hier die chill-launch ich hätte echt nicht gedacht dass die map so lang ist alter ne ich sehe schon wieder ein eislevel alter hier runter kein eis ach ne machen wir mal schleier was sind noch alles was war das nass ich wieder braute dich irgendwo hin wollen wir drauf machen wir sind ach ich hätte direkt springen soll ach so Ruhe jetzt noch mal wieder was macht denn jetzt die Magma Slimes das ist nicht so einfach nerven oder so ja der Sound wahrscheinlich vor allem um die Uhrzeit ändert mir der Sound an was ganz anderes ach so jetzt habe ich das auch einfach verstanden mit dem Hebel ich werde denke woanders hin teleportiert jetzt bin ich oder da nicht schon wieder pisten ne man ich haste das ich habe gar kein bock auf pissen 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 ey die Slime geräusche gehen mir so auf den Senkel wer ist denn das Knopf ich hoffe das hat jetzt nichts wichtiges für dich zum springen weggeschränkt auch immer auch nicht ich hab'n Köln nicht hin ich warte schon auf dich du bist böhn ja ich bin runtergefallen da war ein riesiger Slime ja und ich dachte den machst jetzt platt also ich dachte es wäre ein kleiner Slime deswegen bin ich zu dem Slime gegangen und das war aber ein riesiger Slime und dann bin ich runtergefallen und ja ja aber ich hab'n Köln gefunden so die Pisten nippeln mich so an ne ey ohne Mist ne wer macht denn so'n Piss ey wer das macht den gehört genüppelt der muss den Jumper im Spiel nur aus nippeln der allerletzte Pisten der fährt nicht ganz in die Wand da kann vor euch drauf stehen bleiben echt na der fährt so'n Stückchen aus ja seht's auch ja wohl da hat der Mappentwickler wieder nicht richtig mit gedacht aber hat gewusst dass Leute wie mich gibt die sich ab jetzt gibt's hier noch wuhh fehlt die Hälfte ich glaub hier war da aber ich kann ihn erstmal erstmal also ja hier darfst du eigentlich nicht haben egal kann dich von hier kommen huch huch wir sind Löcher drin irgendwie das ist doch neu ich nehm'n ja gleich'n Pferd let's oh oh äh lol Mario Kart jetzt oder wie mein Boot ist kaputt Ja egal, hier unten brauchst du schon nicht mehr Ich will jetzt mit dem Boot runter Den geilen Effekt will ich den Zuschauern, die eh nicht mehr gucken Äh nicht, ja, sehr schön, hat Spaß gemacht Huch Did you know, seit 99,60% of the MC players hate the dawn sound? Hm, keine Ahnung Ach maaaann Richtig abfuckt mich der Sound aber nicht Hä, wo muss ich ihn denn hin? Ich versteh das jetzt gar nicht hier, ob ich hier überhaupt richtig bin Jetzt glaube ich nach rechts da Hä, aber jetzt stoße ich mir den Kopf an der Decke Na ja auch, oder? Warte mal, kann ich die runterklappen? Oh, ja doch, stoße ich den Kopf Oh ey, da stoße ich den Kopf Ich stoße mich auch gleich mal Wann wusste der Map-Entwickler eigentlich Das 90% aller Map-Entwickler, die schon mal Code gefrühstückt haben Geht der Schwung? Ich fühl's das nicht Ich fühl's das nicht, tue ich bitte Du würd' ja keinen Sprung gehen machen, der nicht geht Alter, bitte nicht wegmachen Na ja Na ja Ah Oh Fuck, mach das schnell noch Schau ihn Oder? Hä? Ja Ja Ja, ja Oh Oh Awesomeness Over 9000 Oh, hier ist die Chiller-Lounge Und ich hab'n Hebel Und ich hab'n Hebel Dann kannst du runterkommen und den Hebel wieder ansetzen Wo muss ich denn hier jetzt, äh, im langen eigentlich? Nein, kann ich ja jetzt einfach runterspringen Oh Du musst ja auf dem goldenen Block den Hebel setzen Un Seth Ich hab'n Kör'n Maz Vielen Dank.